Frisch und aufgeräumt präsentiert sich die zweite Modell-Generation des Mitsubishi Space Star des Modelljahr 2016. Der praktische City-Flitzer empfiehlt sich mit seiner ausschließlich 5-türigen Korosse, seinem city-tauglichen Wendekreis von 9,20 m und seinem technischen Zuschnitt auf modernes, kommunikatives Publikum. Der Space Star wird in zwei Motorisierungen jeweils als kompakter 3-Zylinder mit 71 bzw. 80 PS und manuellem 5-Gang-Getriebe oder alternativ mit stufenloser Automatik in der stärkeren Motorisierung angeboten. Bereits die Basisausführung trägt Applikationen aus Klavierlackoptik und verfügt über einen Berg Anfahrassistenten. Unter anderem das Audiosystem, Klima- und Zentralverregelung mit Fernbedienung ist Bestandteil der Ausstattung Plus. Die Ausstattung Top-Lens mit Bluetooth-Freisprecheinrichtungen, Licht- und Regensensoren, Sitzheizung, Tempomat und Smart-K System. Besonders interessant ist das zwischen Plus und Top angesiedelte Einführungsmodell Intro Edition Plus, das unter anderem das neue Infotainment-System mit SmartLink-Navigation beinhaltet. Das ist das Wichtigste.